Moin, meine lieben Schorla-Freunde, was geht? Komm zurück! Es geht weiter im... ...Khaled. Aua! Aua! Orichia. Aua! Aua! Boma! Aua! Aua! Oha, ah, zwei, oh mein Gott. Ne, noch so einer. Und noch einer. Muss ich hier verrückt werden, oder was? Das ist doch nicht so. Nein, nicht mit mir. Ich habe ja schon gesehen, was sie drauf haben. Das ist einfach unnormal. Was die machen können, ist einfach wortwörtlich unnormale Power. Mann, ey, dieses Kackpferd. Alter, aua, Mann, ey, aua. Mann, hör auf zu spammen. Dinger, du Hurensohn. Steh drauf. Steh auf. Steh auf. Steh auf. Oh, da ist ein Scherlochhund. Und ich treffe hier keinen einzigen Gegner. Oha, Mann. Ey, hört ihn mal endlich auf zu sprainen. Und ich stecke, wer ist richtig? Ja, richtig. Fick dich. Ich habe keinen Bock mehr. Na gut. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Mann, wieso trefft der mich immer? Ah, wieso habt ihr alle Inports? Übertreibt nicht immer so. Übertreibt doch nicht. Oha. Übertreibt doch nicht so heftig. Mann, ey. Hat mal ne große und ne kleine Frage. Erstens. Wohin? Warte mal. Ist ja auch mal wieder am Arsch der Welt, ne? Muss ja immer sein, ne? Alles am Arsch der Welt ist. Was? Wisst ihr was, Leute? Ich mache mal hier einen Cut. Ich muss auch mal kurz auf Treader. Dann geht's. Okay, Leute. Weiter geht die anstrengende Arbeit. In diesem scheiß Territorium. Der mich echt ein bisschen zu viel ankotzt. Wie man hier seht. Kann ich so gesagt sagen, dass ich diesen Ort am meisten hasse. Vor allem weil hier direkt ein Online-Spawner ist. Ich check das Spiel langsam echt nicht mehr. Zehntausend Seelen. Habe ich keinen Bock zu verlieren. Ich muss auf so welche Terme klettern. Nebenbei werde ich fast immer umgebracht. Oh, räuch ich das schon. Aber von so einem Wichser. Mann. Das Ding ist bei ein paar weiß ich sogar nicht, ob da noch welche sind oder nicht. Das ist das Ding. Man weiß. Ähm. Was bist du für eine erste Missgestaltung? Hm. Du kannst mich so töten. Missgeburt. Hm. Hm. Wie? Ich bin das mal. Wie ist das? Hier ist ein kleineres Herz. Ich werde doch jemanden. Das geht doch schon wieder los. Und jetzt sind hier zwei. Aua. Und noch einer. Übertreibt doch halt. Das ist vielleicht sogar nicht übertrieben. Aber hier taucht hier kein Mensch auf. Muss ich das verstehen? Ich muss jetzt eine Wurzel finden, die mich nach oben bringt. Das Ding ist, das hier ist wie ein Lavier. Hör auf, ein Pferd abzuschießen. Dumm halt. Ah. Was? Wie? Manchmal frage ich mich echt zu viel in diesem Drecksgame. Vielleicht ein bisschen zu viel frage ich mich. Wie? 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 Ich bin ja gestorben. Haha. Sehr witzig wie ihr seht. Lacht ihr schon alle? Gut. Dann ziehe ich auch nicht. Okay. Da muss ich irgendwie hochkommen. Hier heißt es kletter auf die Wurzel und versuche nicht runter zu fallen. Es ist mir nur Jump and Run gerade. Okay. Wir haben eine an. Soweit. Okay. Das Ding ist, jetzt ging es auch ran und zu regnen. Oh Mann. Lass es. Aua. Wir haben ja gerade eine drüber gebraten. Du nicht. Eine ist an. Für ihn noch 10.000. Eine ist an. Es ist ein. Das war's. Um... Immer mit Schwung. Ah, so, jetzt bräuch ich mein Pferd. Okay. Ich glaube, jetzt ist es zu spät, ne? Okay. 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 Das muss ich mir merken. Ich weiß leider nicht, wie viele ich machen muss, ne? Aber ich schätze mal drei bis zwei, weil da hinten ist auch noch einer. Was ist der da hinten schon wieder? Okay. 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 Hey. Ey, willst du mich verarschen? Hier ist jetzt noch einer. Verpiss dich! Man, verpiss dich, alter! Nachtchromete. Und tot. Aua. Äh, die können Spam, ne? Also, das hab ich an diese Gegner so hart. So, wie die sind. Okay, den hab ich noch irgendwie so mittel. Okay, hier oben ist noch ein, ähm, links. Und ja, ich musste hoch. Verlorene Gnade entdeckt. Okay. Wir holen uns erst mal den hier bei diesen... Hier war's. Richtig? Ja, richtig! Ja, hier. Okay. Juhu! Juhu! Das war's. So... Ich bin im Trauma, aber soll ich wissen, wie ich da nach hinten komme? Ich bin im Trauma. Okay, Leute, falls euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Like da, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Moin, meine lieben Schallacht-Freunde, willkommen zurück zu Elden Ring. Weiter geht's. In der letzten Folge sind wir ja hier stehen geblieben. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es davon gibt. Ich weiß nicht, ob ich da hochkomme. Oh. Oh. Das ist wie, als würde ich durch eine reinste Sackgassen-Siedlung laufen. Hm? Hm? Oh. 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 Das war's. 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 Ja. Das war's. Das war's. Das war's.